Jo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge ETSY mit dem Max und dem Dominik. Hallo! 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 Es regnet immer noch. Und wir fahren jetzt weiter nach Malte. Ich hoffe, dass der jetzt stehen bleibt, nicht auf dumme Gedanken kommen, der Typ da. Ja, das soll wohl sein. Ey, was? Sohn Penner! Da fährt er gegen den Zaun. Sohn Zigeuner, ja. Ich sehe es im Rückspiegel. Was ist denn los? Äh, hallo? Wer probiert? Oh, mein Gott. Autofahrer wieder. Also Max, das war ich jetzt nicht, ne? Ja. Also, das ist gut. Ja, ich sehe es so ein bisschen im Rückspiegel, ne? Ich habe ihn auf den Zaun hochgekickt. Aha! Läuft bei dir. Kann der machen. Ich habe immer noch 0,0. Thomas, der hat versucht, sich zwischen 4 und 4 und 4 durchzumachen. Ja, 23 Uhr mal hin. Ja, das habe ich gemerkt, ja. Wenn ich ein Stückchen rausfahren war, war zu weit, und dann war ich in dir. Ja, also. Jetzt habe ich 3,0. Na gut, immer noch bis als vorhin, ne? Was, was wert? Warum musst du mal so weit ausholen? Warum musst du so weit aus? Wenn ich mich klassikofen fahren kann. Das ist klassikofen, und dann kannst du auch so klassikofen fahren. Können dich auch. Lass mich ausholen, ja? Ne. Ne. Wie in sich in den Zweck erstmal gar zwei Ausrufen. Erstmal mal durchladen. Wollen wir das? Ne. 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 Wenn es dir nicht einfällt, kenne ich's nicht. Oh, doch. Oh, doch, das kennst du. Ich bin bloß gar nicht mit mir, du dich jetzt beschreibst, dass du's auch erkennst. Ne. Die Straße von Donnersdorfs Richtung Stockheim. das ist schon was auf jeden Fall ist das so eine schöne Abbiege und wenn du mal wieder bei mir jetzt zeig ich dir die und dann hab ich so richtig schön im fetten Gang die Kurve genommen aber so richtig schön die war richtig geil Oh mein Gott ich stehe wieder das sah sehr knapp aus das sah auch im fetten Gang die Kurve genommen Text 3 egal mein LKW rollt bergauf bei mir warst du gerade gestanden bei mir ist er kurz noch hochgerollt egal Gravitation ja Gravitation genau ja Max das hat man am letzten Rallye ja die Straße wo die Sachen Dagger aufrollen mhm wer kommt da von hinten das ist ein Auto der eine Typ da ich weiß nicht wer das da war na schau aber fach das ist der Typ wo es sauer ist mhm wir gehen auch schon voll den Reiten und ihn hauts dann weg weil er scheiß Auto ist genau das ist so wie letztens so nicht kattel ja genau aber bis jetzt kommen wir noch nicht ne wahrscheinlich hat er die Kurve nicht gekriegt da das ist so ein bisschen das ist so ein bisschen die Ländler abfahrt wo wir gleich wieder abfahren müssen und alle da kommt er kommt er ich selber dann hat er die Kurve nicht gekriegt weil er so ein durch in unsere Richtung gefahren Mh aber mit einem guten Karolz kann ich mir vorstellen, dass er rausgelogen ist Ja Also bei mir liegt es krass, obwohl blauer Himmel Nö, 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 Nö Vielleicht ist die Wolke auf der anderen Seite des Hauses Nö Oder der R hat dich immer da steht vor dem Fenster Ja, da steht einer mit der Gießkanau auf dem Dach und lässt es runterringen Mit der Gießkanau auf dem Dach und lässt es runterringen Mit der Gießkanau auf dem Dach und lässt es runterringen Mit der Gießkanau auf dem Dach und schlau Die Feuerwehr Die Feuerwehr Mit dem krassen Schlauchen und schlau Alles klar Und du wurdest Opfer eines Eines Wasser aus Wie kann man das jetzt nennen? Ein Wasserübungsabwurf von einem Helikopter Was? Was? Wasserübungsabwurf Alles Alles klar Alles klar Alles klar Muss erst mal irgendwie etwas, was abgeschmissen wird Aber gut, dann wäre es rot Wieso gut? Markierfall beobachten Ich muss dann Alter Nicht spontan Ich sehe ich's genau Das hat dann gleich knapp ist Ich hab noch für 3200 irgendwas Ich hab noch für Dreadlong 250 Wie sie erstmal durchschirmen Naja, warum nicht? Stopp! Was? Ich dachte du wirst mir noch reinfahren Nee 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 Ach Quatsch Bin sie jemals schon mal reingefahren? Ähm Nur du mir Am Ende von den Folgen Am Ende ja Kau Ma this tree! Quatsch, linke Maustaste Phish Pop! dr nicht decken dann halt abstand der ich wollte ich bin auch so und wenn ich wieder anfangen ein Wachfuß von Gauss und das auch gut habe ich ja gemacht der Führung Prozent Führer von Gauss Volker sagt Führer von Gauss der Führer von Gauss die Füße am Torsten so er blinklicht ja Ninja genau Dominik machen so jetzt wird die Führer vielleicht hat mein Licht ja er Dominik was er ich will nicht machen ja es reicht auch so wohl dass man was anhat was anhalten ich hab dir geblinkt du kannst ja gern versuchen zu überholen ist halt an Thomas da gearscht er hat Alter der macht es St Prozent und ich habe eigentlich noch provokant leicht Gas weggenommen ich hab gar kein Gas gegeben ja und ich hab's weggenommen also wer so normal gefahren wie sonst überhaupt er zerknallt cool dass ein schwarzer Balken im Rauf auf ich hör das ich? ja Tatsache das ist passiert das ist passiert das ist passiert ja sensiert genau alles gut alles gut bloßer Schriftzug ist mir der Zeit abgewaschen ja und sensiert draufsteht genau das ist halt nur noch der schwarze Balken wie schnell fahrt ihr? 112, 13 so schnell wie Max gerade kann gib Max Gas ja ich beschleuch gerade auf 120 krass bin ich gleich oben nicht mehr oben ich bin aber ich bin cool ich bin nicht mehr oben ich bin zu Oh, da war fast Schill hier dran. Auch so. Auf Wieder. Na, jetzt kommt's mal. Alter. Nee, lieber nicht. Oh Gott. Gleich wird's lustig. Gleich wird's lustig. Gleich wird's lustig. Oder lustig? Oh. Alter. Wäre ich jetzt nicht links rüber, ne? Ich bin ja auf dem Stand schon. Ja, aber kurzzeitig warst du sogar leicht auf der linken Spur. Na, auf der mittlere. Auf der rechten. Kannst du mich mal wieder vorlassen oder wie schaut's aus? Ja, ich hab kein Gas. Ich roll. Was? Das nennst du rollen? Ich roll. Was hast du denn? Du wirst mir eh abbiegen. Ich roll 100. Ah ja. Ihr fahrt dezent gefahren. Willst du ein bisschen weiter links fahren? Danke. Gerne doch. Das war ganz schön weit rechts rüber, Thomas. Ach, Quatsch. Auch sehr sinnvoll hier. Ja. Total. Da ist sogar was. Sind sogar welche. Krass. Was, der meint soweit auch so hinzum müssen, Alter? Weil ich's kachern. Ich lerne es in der Fahrt, du darfst nur dann ausholen, wenn die Straße, wo du rein willst, so schmal ist, dass du nicht rumkommen würdest. Halt's Maul. Ja. Ja gut, ich mein, hab ich gesagt. Deswegen hab ich, äh, Trelleburg. Trelleburg, genau. Wer da? Wer noch? Wer noch? Ich. Ich noch nicht. Das ist schön. Doch, jetzt schon. Jetzt schon. Wer noch nicht. So, auf einmal Wurzel. Jetzt. Leer, hear me rap. Was sind wir ein? Ich wusste, dass der Spruch kommt. Was? Was ihr meint. Ja, was sind meine Verlust fangen zu müssen? Ja, wir haben es eilig. Was soll man sonst machen? Oh, das war Schildi. Obwohl, Schildi lebt noch zur Hälfte. Ja, zur Hälfte. Dachte ich mir auch gerade zur Hälfte. Open the game. Open the head. Wie kann man zur Hälfte noch leben? Naja. Obdem du zur anderen Hälfte tot bist. Ja, und du warst dann bei einem Halbtot. Genau. Ein Smombi. Ein Smombi. Ein Smombi. Smartphone Smombi. Ja. Nein. Doch. Ajo. 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 Hier müssen wir uns rechts halten. Nicht zu verwechseln mit rechts anhalten. Hm. Schau. Thomas. Ja. Also wenn du da vorne jetzt nicht mehr wechseln kannst, dann hast du verkalt. Und wie er verkackt hat. Stößt. Mein Navi führt mich ganz woanders lang, ne? Ja, weil du auch ganz woanders hin musst, die Pfeife. Nee. Der führt mich nämlich direkt nach Malmö rein. Das ist der blöde Witz. Ohne Scheiß. Guck, der wird jetzt gerade zwei Routen angezeigt. Auch geil. Cool. Ich war dann in der Werkstatt. Also mein Navi sagt hier lang so Werkstatt. Deswegen. Du machst schlechte Nachrichten. Dein Navi ist um die Scheiße. Ich weiß. Was haben Navis so an sich, ne? Wollen die mit her? Hä, hast du vielleicht die Werkstatt in Helsingborg genommen? Nee. Sicher, weil ich steckere den Malmö. Ja, das ist... Meiner hat einen weiteren Bogen angezeigt, ne? Kann der machen. Alter, was ist das für eine Straße? Ich will der Schmale fällt nicht zu, dass sie immer hin. So, warum nicht? Ach, Sache, da kommt er wieder. Ja. Haha. Dead Witz, ey. Dead Witz. Ey, was ist das für eine Firma, ey? Weisch ich nicht. Was? Wie heißt die? Kost-Nor. Irgendwängig, was du auch jetzt so. Kost-Nix. Kost-Nix, ja. Kost-Nor. Net Knor. Oder Maggi-Fix. Maggi-Fix. Knor-Fix, Maggi-Fix. Krassel-Baustelle, Alter. Ein Arbeitsglächer, der sich fixt. Krassel-Baustelle, der sich fixt. Oh, das war die Wand. Oh, das war die Wand. Oh, das war die Laterne. Trailer. Ja. Aber immerhin nicht so viel wollen. Also, holzfähig kann das Werk ja ane. Na? Weil Pfanne ist es schön. Ja. Ey, ich hab auch noch Kalmar. Und hinten guckt's aus, sonst was. Ja. Dann nimm's. Ja. Wecker mal. Ja. Ich bin sogar bei der Firma wohl Krabin. Wo muss denn nach Karls Kroner, ne? Ja. Da gleich mal einen Wegpunkt. Richtig rausführen. Wo fahr'n wir zuerst hin? Karls Kroner. Oh, Karls Kroner als erstes. Da ist nämlich auf dem Weg liegt nach Kalmar. Genau. Ist ja krass. Das war direkt dran. Durch oder vorbei? Nein. Dran. Durch sogar. Ne. Dran. Vorbei. Dran. Vorbei. Ja, oder dran. Vorbei stimmt. Oh, zieh's mal. Musik wieder aus. Weiß nicht, äh, danach jetzt mach's gleich aufnehmen weiter, oder? Was? Mit Dominik sei Frage weiter aufnehmen, ja, ne? Äh, nee, dann wird nochmal beendet. Gut. Weil wir sind schon bei 17,5 Minuten. Der kommt ja jetzt schon fertig, mach der Fall. Ja, schon. Ja. Okay, so, das war's für heute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.